willkommen zurück zu einer weiteren folge von tormoil und heute geht es weiter wir suchen nach einem größtmöglichen gasvorkommen in der letzten folge haben wir schon ein ziemlich großes gasvorkommen bekommen aber ich möchte unbedingt wissen wie groß sie wirklich werden können und wir versuchen das natürlich direkt wieder haben übrigens auch einen diamanten ich glaube den wir heute noch einlösen denn die bürden die wir zumindest bisher bekommen haben waren jetzt sie waren ganz okay aber jetzt nicht unbedingt ganz perfekt und da haben wir direkt öl gefunden und direkt auch getroffen das ist natürlich sehr schön wir gehen nach links verbessern das auch direkt und dann bohren wir mal hier runter und haben das auch direkt gefunden sehr schön verkaufen auf jeden fall noch ein bisschen der preis ist nicht gerade vorteilhaft aber da kann man leider nichts gegen machen wir müssen unbedingt die wagen verbessern ich glaube verkaufen jetzt rechts dort gerade der preis gestiegen ist so verbessern wir das silo setzen nochmal 12 wünsche routengänger hin machen wir drei daraus und da haben wir zehn maulwürfel okay wir haben einiges an öl wir haben direkt gas aber das ist sehr weit oben das wird nicht weiter wachsen schade hier wahrscheinlich ein das ist ein gigantisches öl vorkommen okay das müssen wir auf jeden fall möglichst schnell abfahren oh der preis ist rechts tatsächlich gestiegen so setzen wir mal noch ein paar mehr hin noch mal 1 2 3 4 5 vor allem hier unten wir haben das tatsächlich nicht getroffen das ist schade wir verbessern die wagen und die rohe dort unten ist was wir haben gefühlt überall irgendwas gefunden aber da ist auf jeden fall nichts müssen wir mal gucken hier noch ein paar maulwürfel ich meine bisher läuft es ganz gut der preis sinkt gerade wieder heißt wir fahren langsam auf damit anfangen an sachen zu lagern lief auf jeden fall bisher ganz gut also das ist tatsächlich ein sehr guter boden allein dieses gigantische öl vorkommen ich weiß ich verschwende gerade geld aber schaut euch das mal an das ist wirklich gigantisch groß größer geht es quasi gar nicht aber es gibt trotzdem gefühlt überall noch öl deshalb brauche ich mal erstmal hier runter mal da schauen nein schauen wir nicht dann wahrscheinlich weiter unten noch wir haben gerade ein bisschen probleme mit den preisen müssen wir ganz kurz so eine gigantische menge links verkaufen dann müssen wir hier dringend wieder die pferde zurückbringen damit sie das öl einlagern können setzen wir hier noch vereinzelt maulwürfel hin hier scheint es irgendwas zu geben ja direkt daneben aber wieder kein gas also das ist merkwürdig oh aber ein diamanten na ja immerhin das werden wir quasi gar nicht vergrößern können wenn ich hier oben das rohr hin mache nee das wird nicht wirklich was es wird doch ziemlich schwer das irgendwie verkaufen zu können oder zum geld zum preiserhöhen zu nutzen daher werde ich das einfach da rein machen der preis ist gerade gut verkaufen wir 1 2 3 verbessern wir auch hier die rohe das ist sehr sehr weit unten so wir haben auch schon diamanten gefunden der preis ist wirklich sehr lange sehr gut muss ich sagen verbessern hier nochmal die rohre wir haben gas gefunden das ist sehr schön das ist sehr sehr schön das habe ich hier das ist nochmal öl okay so ich glaube wir müssen hier mal ein bisschen aushelfen direkt danach können wir es auch wieder verbessern so da ist noch mehr öl irgendwo ganz in der Nähe okay gerade jetzt gerade es ist leer geworden schauen wir mal nach was haben wir hier okay das ist ein bisschen mickrig aber gut damit können wir arbeiten ja viel größer wird es auch nicht werden und dann verbinden wir das hier drunter schließen wir die alle mal ab so verbessern wir das hätte ich wahrscheinlich nicht mehr machen müssen aber okay so dann vergrößern wir das das hier verbessern wir auf jeden fall dann wird dort mehr öl gefördert ich kann die nicht ne ich kann die nicht nochmal verbessern und wir hören definitiv auf zu verkaufen oh mein gott das ist ähm so gesehen wir haben 17.000 haben noch eine menge öl die wir immer noch nicht rausgeholt haben kommt schon holt alles an öl raus haben das gas schicken wir auf jeden fall links lang werden auf jeden fall hier noch eins benötigen und dann befreien wir das mal hier die beiden machen wir auch noch weg dann sehen wir dieses gigantische gasvorkommen wir machen hier zu wir machen hier zu und verbinden das dann hier hin verbessern das auch direkt verbessern das auch direkt so damit sollte man auch fast alles an öl haben nur so ein kleines bisschen unten genau so wir haben bereits oktober und wir haben kein öl mehr das ist aber ziemlich viel schon ich glaube ich nehme mal das hier kurz auf die andere seite das wird sehr sehr groß viel länger hätten wir da auch nicht warten können das ist bereits ende november wir müssen verkaufen die zeit reicht aber nicht so wir müssen verkaufen also es hätte deutlich größer noch werden können kommt schon verkauft alles ist immer noch gas alles verkaufen verkauft alles werdet es los ist gas kommt schon gas ich glaube wir haben es gerade ganz knapp alles geschafft oh mein gott was war der höchste preis ich habe nicht darauf geachtet muss ich danach nochmal gucken es war auf jeden fall gigantisch es hätte größer werden können ich hätte früher anfangen sollen das wäre auf jeden fall ganz gut gewesen wir können auf jeden fall gigantisch werden das kann ich schon mal sagen bei diesem ersten test wir haben 74.155 bekommen also eine ganze menge da ist es am ende also es war sehr sehr knapp wir haben es ganz knapp nur geschafft ein dollar 65 pro fass wir haben rechts eine ganze menge geld verschwendet tatsächlich rohre 5946 wagen 4500 und danach rohr upgrades mit 3148 das war jetzt quasi die erste runde das war das war schon heftig muss ich sagen schauen wir mal wir hatten auf jeden fall einen sehr guten Boden b-bitte was ähm okay sagen wir es mal so wir haben neun mal so viel wie ricardo wir hatten wahrscheinlich einfach den besten Boden von allen gerade 95 Cent beide nehm ich nur das da ist günstiger das das war gerade heftig also wow wow so tatsächlich ich hatte den besten Boden warte mal ich muss es wieder rüberschieben also nicht den besten aber einen extrem guten Boden und ich habe den auch extrem gut genutzt muss man sagen oh ich hätte den Diamanten benutzen sollen tatsächlich hätte ich den benutzen sollen okay machen wir eine ganz wilde Vermutung wir gehen hier hin weil da ist 41 29 daneben also ganz in Ordnung würde ich sagen wir sind so reich wir sind so reich wir haben 220.000 wir haben äh fast das Zehnfache von ricardo so 4% der Stadtaktien ähm ja ich meine so gesehen wir haben über 53% also an sich brauchen wir es nicht mehr wirklich wir müssen auf jeden Fall eine ganze Weile warten weil wir so dermaßen reich sind mehr als 20.000 würde ich dafür nicht zahlen also hat vielleicht ricardo eine Chance drauf ich würde mir jetzt auch keine große Mühe geben so 15.000 nicht schlecht und dann versuchen wir es ein weiteres Mal und zwar hoffen wir dass wir ein bisschen früher das Gas finden und auch deutlich früher damit was anfangen so ich würde sagen rechts ich kann ja schon mal hier einen hinsetzen wahrscheinlich ok der hat was gefunden ok dann verkauf mir doch lieber links ich versuche dann ein großes Silo dazwischen zu packen aber es wird wahrscheinlich nicht passen müssen wir ein bisschen warten kommt schon aber was mach ich denn das hat ganz knapp gepasst 1,2 1,2 3,4 so für ein bisschen Durchblick Wagen verbessern 10 Stück verkaufen wir links weiter wir haben 95 Cent als Preis also gar nicht immer schlecht schauen wir mal ein bisschen hier drüben nach da wurde fast gar nichts erkundet ich würde tatsächlich nur ein Silo bauen ich würde tatsächlich nur ein Silo bauen also ein großes meine ich weil wir eben so einen guten Preis haben vielleicht jetzt noch nicht unbedingt aber ein bisschen Vorsorge ein bisschen Vorsorge ich sehe da was ich sehe da was das scheint auch wieder ein großes zu sein ja wir verkaufen rechts und dort ist auch wieder ein super Boden muss man schon zugehen Wagen verbessern Wagen verbessern deutlich mehr Wagen kaufen die Preise stimmen auch sind auch super also so macht es auf jeden Fall Spaß darauf freut man sich so was machen wir mit dem Gas hier ich werde wirklich mal so richtig einfach übertreiben ich glaube unten werden wir sogar noch ein bisschen warten müssen aber wir können die auf jeden Fall schon so machen so und da unten Preis ist gesunken können wir auch kurz warten ich glaube ich schiebe das wieder in die andere Ecke da scheint nicht so viel Höhe zu sein wobei der hat da was gefunden vielleicht gibt es hier auch Diamanten wir haben es nur noch nicht gesehen da ist was da ist was da unten ist noch Gas ganzig klein aber und auch sehr sehr spät so wir müssen das auch irgendwann mal machen das sollte passen ja das hier unten wird viel zu spät so machen wir mal ein bisschen Platz damit wir sehen können wie es immer größer wird das heißt es ist einiges an Geldverschwendung das würde ich auch gern verbessern dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Silos denn hier werden wir eine ganze Menge Gas rausholen ich weiß nicht warum das plötzlich so groß geworden ist jetzt wieder kleiner okay so legen wir es weiter frei machen wir es so so dann ein kleines noch hier so wir sehen da können wir ein Maulwurf hinschicken genau auf die Stelle was machen wir mit dem Gas das lassen wir da durchschießen machen machen wir nochmal ein paar Pferde mehr verkaufen wir rechts ein bisschen Preise sind super deshalb hier verbessern wir das Rohr das hätten wir vielleicht nicht genau jetzt machen wollen okay das war wirklich sehr kurz 3 4 5 so ich würde auch nicht weiter verkaufen jetzt einfach warten wir haben auch nicht mehr so viel Öl ja das ist bald alles weg lagern wir dann schön dann warten wir würde ich sagen eine ganz schön lange Zeit nun spulen wir schön die ganze Zeit vor einfach mal noch ein paar Maulwürfe ich meine ich glaube nicht dass hier unten noch was ist aber einfach um Gewissheit zu haben so Gasvorkommen können auf jeden Fall sehr sehr groß werden so groß wie gigantische Ölvorkommen gleich wird's quasi das Limit erreichen ich wünsche man könnte irgendwie die Rohre wieder abreißen und neu bauen okay ich glaube ich muss das wieder abbrechen so wir müssen das direkt natürlich wieder verbessern wir müssen glaube ich wieder abbrechen das reicht einfach nicht wir haben nicht genug Zeit es ist es ist gigantisch ja Moment kleinen Moment noch achso ah Mist ich habe vergessen es zu öffnen nein das ist ganz schlecht so oje der Monat wird nicht so toll los Leute verkauft doch alle oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott nein schrecklich schrecklich komm wir tauschen wir tauschen die Diamanten wir treiben den Preis noch weiter in die Höhe wir treiben den Preis noch weiter in die Höhe das war einfach nötig das war einfach nötig das war einfach nötig wir haben es viel zu spät gemacht und wir haben es trotzdem noch nicht geschafft oh mein ok 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 das war schrecklich da bin ich ein bisschen zu gierig geworden 1,50 Dollar pro Fast wir haben nur 34.000 gemacht war auf jeden Fall ein gigantisches Gasvorkommen huh ok ok ja Profit natürlich schön nach oben gegangen leider nicht ganz so stark wie ich es mir erhofft habe wir haben eine Menge Öl verschwendet verloren wir haben am meisten für die Wagen ausgegeben ja aus Hektik dann die Rohre dann Maulwürfe und mein Screenshot wir haben fast alles an Gas rausbekommen leider nicht alles man sieht auch ich habe nicht alles an Öl verkauft also letztendlich ja es war meine Gier meine Gier war in dem Fall zu groß war auf jeden Fall ein guter Boden Riccardo hat wieder Verluste gemacht stark auf jeden Fall ähm ja dies machen wir nur viermal so viel wie Blanche aber an sich ganz in Ordnung ja die Preise sind schrecklich ich weiß nicht es war ein ziemlich gutes Stück Land ich weiß nicht ob wir den Diamanten benutzen müssen wollen ich glaube tatsächlich erstmal nicht ich würde mir den gerne aufbewahren wir hätten eine 32 weiß ich ich kann tatsächlich sogar noch zurückgehen das ist interessant bevor man sagt bieten kann man noch zurückgehen ja komm wir setzen wir setzen den Diamanten ein machen wir es dann können wir nächste Woche richtig gut durchstarten ok ok er sagt da oben das ist interessant dass beide genau daneben sind wir werden also ziemlich sicher auch einen sehr guten Boden bekommen ok kehren wir zurück und Aktienauktion 1% Aktien 1% Aktien ja gut das können wir Riccardo geben wir haben alle drei 5% ich werde es noch nicht mal versuchen also im Grunde könnten wir das auch einfach überspringen aber das kurze Stück hier machen wir auch noch ohne kann ich schon mein Auto machen also ja das war es mit der Folge war auf jeden Fall eine sehr interessante sehr aufregende Folge würde ich auch sagen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr mehr wollt dann lasst ein Like da und ein Abo um nichts mehr zu verpassen wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hey Riccardo hat es bekommen ja jetzt haben alle drei 5% also bis zum nächsten Mal und tschüss